Heute befinde ich mich in der französischen Nationalbibliothek, in einer Ausstellung über das goldene Zeitalter der Seekarten. Hinter mir hängt eine Karte von der Westküste Indiens aus dem Jahr 1684. Inzwischen ist Indien ein großes Schwellenland, das in zehn Jahren mehr Einwohner haben wird als China und in 20 Jahren eine große Wirtschaftsmacht sein wird. Aber das Verhältnis zu seinen Nachbarstaaten ist nach wie vor problematisch. Anhaltende Spannungen mit Pakistan, Rivalität im Indischen Ozean mit China. Das wollen wir heute anhand von Karten untersuchen. Der indische Subkontinent reicht vom Himalaya bis zum Indischen Ozean. Er umfasst Indien, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesch, Sri Lanka und die Malediven. Den größten Teil des Subkontinents bildet Indien mit einer Fläche von 3,3 Millionen Quadratkilometern. 2012 hatte es 1,2 Milliarden Einwohner und ist damit das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Ab 2025 wird es wahrscheinlich mehr Einwohner haben als China. Indien ist eins der Schwellenländer der BRICS-Staaten. Wenn China 2030 die größte Volkswirtschaft sein wird, dann wird Indien an dritter Stelle stehen, hinter den USA. Als künftige Großmacht wird Indien, oft als größte Demokratie der Welt bezeichnet, also eine bedeutende Rolle spielen. Dazu muss es allerdings zunächst Ordnung in die Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten bringen. Indien macht auf dem Subkontinent 80% des Bruttoinlandsprodukts der Bevölkerung und der Gesamtfläche aus, nimmt also in der Region eine herausragende Stellung ein. Was allerdings den Außenhandel anbelangt, gehen nur 4% des indischen Exports in die anderen Länder des Subkontinents und nur 0,5% der Importe stammen dorthe. Der indische Subkontinent ist die am wenigsten integrierte Region weltweit, woran auch die Gründung der südasiatischen Wirtschaftsgemeinschaft Sarg bisher nichts geändert hat. Denn das regionale politische Umfeld ist nahezu ständig von Brüchen und Spannungen geprägt. Das erklärt ein Blick auf die Geschichte, auf Britisch-Indien im Jahr 1939. Ceylon und Birma waren damals britische Kolonien. Bhutan und Sikkim, britische Protektorate. Am 15. August 1947 führte der Abzug der Briten zur Teilung Britisch-Indiens in zwei Staaten, Indien und Pakistan, das seinerseits zweigeteilt war in Westpakistan und Ostpakistan. 1971 spaltete sich Ostpakistan von Westpakistan ab und wurde dabei von Indien unterstützt. So entstand Bangladesch. In der Folgezeit entsprach das Verhältnis Indiens zu seinen Nachbarn lange Zeit dem des Stärkeren gegenüber den Schwächeren. Das ändert sich aber allmählich. Beginnen wir zunächst mit Pakistan, genauer gesagt mit dem Verlauf des Indus. Pakistan liegt an dessen Unterlauf und ist abhängig von Änderungen der Durchflussmenge auf indischer Seite. Dort gibt es bereits einen Staudamm am Chenab, einem Zufluss des Indus. Ein weiterer soll am Nelum entstehen. Diese Stauanlagen könnten sich in Pakistan auf die Wirtschaft und auf die Umwelt auswirken. Rivalität herrscht auch im Hinblick auf Afghanistan. Pakistan sieht Afghanistan als sein strategisches Hinterland an. Aber Indien hat dort zunehmenden Einfluss. Es trägt zur Ausbildung der afghanischen Streitkräfte bei, leistet Entwicklungshilfe und investiert. Außerdem streiten sich Indien und Pakistan seit langem um Kaschmir, seit der Teilung britisch-Indiens. Doch trotz des Misstrauens zwischen New Delhi und Islamabad haben sich beide Regierungen schließlich dazu durchgerungen, nicht mehr auf der Lösung des Kaschmir-Problems vor der Regelung anderer Differenzen zu bestehen. Denn sie wissen genau, dass beide Länder zweif gemeinsam ein Bruttoinlandsprodukt von 5000 Milliarden Dollar nach Kaufkraftparität erwirtschafteten und so viele Einwohner haben wie China. Die wirtschaftlichen Perspektiven sind also sehr vielversprechend. Dort wird der grenzüberschreitende Handel seit Anfang 2012 durch eine großzügigere Öffnung des Grenzübergangs-Waga im Punjab sowie durch die Eröffnung weiterer Grenzübergänge im Punjab und in Rajasthan. In New Delhi interessiert man sich inzwischen ein wenig mehr für Islamabad, aus wirtschaftlichen, aber auch aus strategischen Erwägungen. Denn Indien benötigt Energie. Mit Turkmenistan, dem viertgrößten Erdgaslieferanten der Welt, plant man den Bau einer Pipeline nach Indien. Diese soll durch Afghanistan und Pakistan verlaufen. Aber der Bau der sogenannten Friedenspipeline liegt auf Eis, solange in Afghanistan Krieg herrscht. Und die Bedeutung der Pipeline ist besonders groß wegen der westlichen Sanktionen gegen den benachbarten Iran. Aber Indien unterhält zu Teheran weiterhin Beziehungen und baut in Chabahar einen Tiefwasserhafen. Blicken wir nun nach Osten, genauer gesagt auf die Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Auch dort spielt der Himalaya als Wasserturm Asiens eine große Rolle. Brahmaputra und Ganges fließen erst durch Indien, vereinigen sich dann in Bangladesch und bilden schließlich ein Delta. Wie gegenüber Pakistan befindet sich Indien auch hier in einer Position der Stärke. Das führt zu Spannungen um die Wasserführung des Testa und um indische Staudämme, den bereits gebauten Farraka-Staudamm und das Staudammprojekt bei Tipalmuk. Der Rückgang der Durchflussmenge im Unterlauf ist besonders problematisch, weil die Hälfte der Bevölkerung von Bangladesch von der Landwirtschaft lebt. Zahlreiche Bauern verlassen deshalb ihr Land und suchen in Indien nach Ackerland. 2012 lebten zwischen 10 und 20 Millionen illegale Einwanderer in den an Bangladesch grenzenden indischen Bundesstaaten. Um einen noch massiveren Zustrom zu verhindern, errichtet die indische Bundesregierung zurzeit einen Stacheldrahtzaun rund um Bangladesch, der nach seiner Fertigstellung mit einer Länge von 3.286 Kilometern der längste Grenzzaun der Welt sein wird. Wie entwickeln sich angesichts dieser Tatsachen die Beziehungen zwischen Indien und Bangladesch? Auch hier sind für Indien wirtschaftliche und strategische Aspekte ausschlaggebend. Denn China baut, als inzwischen wichtigster Handelspartner Bangladeschs, einen Tiefseehafen in Chittagong und eine Eisenbahnstrecke von dort in die Provinz Yunnan, durch Birma. Um den Bestrebungen Chinas entgegenzuwirken, schaffte Indien die Zölle ab, was den Handel zwischen beiden Ländern ankurbelte. Im Gegenzug erwartet es von Bangladesch Erleichterungen im Transitverkehr in die nordöstlichen Bundesstaaten, die bisher nur über den Korridor von Siliguri zu erreichen sind. Das steht natürlich im Widerspruch zu den eben erwähnten Grenzanlagen. Blicken wir nun nach Nepal. Zwischen 1996 und 2006 hatte dort ein langer Bürgerkrieg zwischen maoistischen Rebellen und den Truppen der nepalesischen Monarchie geherrscht. Indien, das im eigenen Land mit einem ähnlichen Aufstand fertig werden musste, dem der Naxaliten, unterstützte damals die Regierung Nepals. Nach dem Ende der Monarchie im Jahr 2008 musste Indien dann seine Politik gegenüber Nepal völlig neu ausrichten. Denn auch die Beziehungen zwischen China und Nepal hatten sich durch mehrere Infrastrukturprojekte verbessert. Ausbau der Eisenbahnstrecke von Lhasa bis an die Grenze, Bau eines Staudamms am Seti und der geplante Bau eines buddhistischen Zentrums in Lumbini an der indischen Grenze. Das Handelsvolumen zwischen Nepal und China hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Trotzdem ist die Wirtschaft Nepals weiterhin abhängig vom Handel mit Indien, denn fast zwei Drittel seiner Exporte fließen dorthin. Außerdem begann Indien mit dem Bau grenzüberschreitender Eisenbahnstrecken und mehrerer Staudämmer. Indien hat weiterhin einen großen Einfluss auf Nepal, aber außenpolitisch versucht man in Kathmandu die Lage zwischen den beiden großen Ländern auszunutzen. Nun nach Süden, nach Sri Lanka. Dort hatte die indische Regierung im Bürgerkrieg die tamilischen Separatisten gegen die Regierungstruppen unterstützt. Nun möchte Indien die bilateralen Beziehungen vertiefen und beim Wiederaufbau des Landes helfen. Es ist der wichtigste Handelspartner Sri Lankas und die Hälfte der indischen Auslandsinvestitionen auf dem Subkontinent fließt in den Inselstaat. Denn auch dort machen Indien und China einander Konkurrenz. China baut in Sri Lanka zwei Häfen, in Colombo und in Hambantota. Diese gehören neben Gwadar in Pakistan, Chittagong in Bangladesch und Sidwe in Birma zu der von indischen und westlichen Experten sogenannten chinesischen Perlenkettenstrategie im Indischen Ozean. Die chinesische Regierung baut und finanziert Hafenanlagen in den Ländern rund um Indien, damit dort chinesische Militär- und Containerschiffe anlegen können. Es will damit Indien nicht unbedingt bedrohen, aber zumindest die Handelsrouten kontrollieren. China möchte außerdem seine Abhängigkeit von Energielieferungen auf dem Seeweg verringern und setzt deswegen vermehrt auf den Landweg. Dazu baut es Erdgas- und Erdölpipelines durch Birma und Pakistan. Pakistan ist also auf dem indischen Subkontinent nicht mehr nur der kleine Nachbar Indiens. Natürlich muss sich Indien, wenn es auf weltweiter Ebene eine Großmacht sein möchte, auch die Verhältnisse in seinem regionalen Umfeld ordnen. Das weiß auch die Regierung in New Delhi, die sich mit zwei einfachen Tatsachen konfrontiert sieht. Erstens zwingt die zunehmende Präsenz Chinas in Süd-Indien zu einer Annäherung an seine Nachbarn. Zweitens wird man mangels an regionale Integration bewusst, durch den man weiterhin eine große wirtschaftliche, politische und menschliche Distanz zu seinen Nachbarn hat. Was für heutige Verhältnisse eher ungewöhnlich ist. en Das ist heute.